Leitere Oh, Gott Leute Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui So, ich muss dir einen Überblick verschaffen Wo sind wir hier, wo müssen wir hin? Eiiiiiuiuiuiui Ach, da oben ist natürlich, da oben wieder. Klar Ach, da oben schon wieder, so eine komische Schleuse Oh Nö oh oh ja 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 Ich habe einen Dach, wie ich wollte. Das ist mein Dach. Oh, mein Name. Was ist das? Die Deli, das Poster, kannst du das mal ansehen? Paradoxa, keine KI kann ihnen widerstehen. Ich weiß, wie wir ihn besiegen. Oh, okay. Oh, mein Handgelenk, hey. Knopf zu den. Äh. Ähm. Ach so. Ich hab dich. Tschüss, hey. Hey, mein Gott. Schnell, 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 schnell. Ja, genau, das hängt an dem Ding um, dass ihr das hilft. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ah, aha. Ja, wow, hey. Hey, Güte. Das ist ein Abarillo, der... Insofern ist ein Komplex in der Picture-Seite. es gibt wohl bessere Pläne um gegen eine allmächtige, oft geile KI vorzugehen, aber immer noch besser als zu explodieren, ein wenig. Das kann leider werden. Eieieiei, was kommt denn jetzt noch? Teil 8, die Unruhe. Wir sind doch schon wieder im Testbereich, Leute. Oder auch nicht. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Nein, es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Bring uns da runter und ich gebe ihm ein Paradoxon. Heißer, heißer, kochend heiß, kochend heiß, okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade, es ist kalt, ganz, 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 ganz kalt. Nun drück schon endlich den Knopf! Au, das ist aber einer. Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir moxen hier seit zwölf Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, die zu lösen. So. Geht's hier längs? Jo. Und fahren wir mal, ne? Und gehen wir mal. Lala, geht hier nicht lang. Boah, Leute, ernsthaft jetzt weh. Löse das Rätsel. Wenn er zurückkommt, präsentiere ich ihm ein Paradoxon. Haha, yes! Ich wusste, du schaffst es! Hey, Schwachkopf. Oh. Hallo? Zeit für Paradoxon. Dieser Satz ist falsch. Nicht darüber nachdenken, nicht darüber nachdenken, nicht darüber nachdenken. Wahr, wahr, würde ich sagen. Hm, das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon. Ich schlitze. Es ist ein Paradoxon. Es gibt keine Antwort. Dort. Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Äh, falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage sofort. Das hat dich doch repariert. Warnung. Kritischer Reaktor. Kerntherz. Da, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, ähm, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Hier kommt also wie gerufen. Und los geht's. Du schnauze, Junge. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein, so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sage dir, wenn ich dann teste. Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen. Okay, du testest. Ich gucke zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Bei Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Ei, 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 ei. Gelausch, bist du nicht vor, wie das Gefühl. Test. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich, extrem gefährlich. Im Moment noch nicht. Aber ich arbeite hart daran. Hm, warte mal. Das ist... Oh, ja. Gut gemacht. Oh, das ist einmal... Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich gucke dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Ladies. Ein Saft. Der verarscht wie du gerade. Los geht's. Mach's einfach nochmal. Uuuuund... Nichts. Well, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, da sind sie. Tja, mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Wow. Weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Wow. Was ist das jetzt für ein Mist, Alter? Mein Gott. Wir haben also eine Chance, ihn zu schützen. Ja, der Wehrofen. Alles in Butter. Ich hab gerade ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Oh Gott. Oh Gott. Hey. Wow. Wow. Sturbe haben wir das Knöpfchen. Tür geht auf. Was uns ja nicht viel bringt. Weil wir noch etwas brauchen. Ist geil. Nein. Warte doch mal hoch. Das ist ein fucking Ernst. Nein. Ah. So viel Dart. Ja. Ja. Testen. Hm. Was hat er mit den... Ich bin geblieben. Ich bin geblieben. Das ist ein fucking Ernst. Und kommt mal mit Schluppis. Ich bin geblieben. Oh, gut gemacht, ihr beiden ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, äh, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Ach, schön. Hm, ich kriege langsam eine Aufnahmepause noch mal machen. Ich nehme jetzt fünf Stunden auf, also... Was ist das Problem? Diesen Test habe ich selbst entworfen, zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Ich habe sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Der Typ ist geisteskrank. Aber wie gesagt, ich soll gleich mal nach meiner Aufnahmepause machen. Das ist das Problem. ein gott zusammengesetzt aus kleineren tests die hier so umlagen habe sie zusammen geschustert es gibt tasten schächte bodenlose gruben alles mögliche einfach sensationell schuldig okay das dauert viel zu lange ich sagte einfach wie man die test löst ja du bist auf dich allein gestellt ja 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 Oh, ja, gut gemacht. Danke, wir mussten nur den Hebel ziehen. Ich weiß, ihr steckt tief im Dreck und sterbt wohl gleich. Aber das war's wert. Na gut, so hat Glede sehen wir auch hier einen Spaß mit den Explosionen oder mit den Elektroschocks. Sollen sie mal machen, ne? Die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Drei von euch sind vorläuft. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzte voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette. Richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Oh Gott, das ist mir leid. Äh. Äh. So wie eine Erinnerung. Und, los geht's. Was? Sei ehrlich, man merkt das gar nicht, oder? Was? Komm mal. Oh, Junge. Das Geld ist echt nicht mehr zu helfen. Warte mal. Oh. 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 Yeah. Oh. Oh, Junge. Oh, Junge. Okay. Ich bin hier geblieben. Erstmal rüber da. Oh, schmachsinnig, was ich da mache. Oh Gott. Ach, die Augenblick nach hier. Ich bin hier geblieben. Nein! Oh! Nein! Oh, ficken! So, einmal ran, dann geht's hier links. Jetzt kommt der Papa. Nein! Oh, boah, mein Pisch! Fuck! Ich bin hier ein bisschen verrückt. I see the other one. What should we do? Das ist das noch mal, was ich glaube ich noch ein paar. Oh, ja, gut. Ich bin hier ein paar Minuten. Okay. Jaaaam. Ich habe ihn geblieben. Wenn das Brot hat, weil sie runter und gibt es da allein, dann jawohl. Man, ey. Nun geht's los. Wie enttäuschend. Was denn? Oh Gott. Ich bin aber schon, ob ich es heute noch für mich komme. Ich suche nach einem Ausweg. Ja, mach du mal. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Wir suchen jetzt mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, fetti ohne Eltern. Und? Was ist so schlimm, am Adoptiert zu sein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Äh... Naja... Zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Nichts. Einige meiner besten Freunde sind voll weißen... Die Andu Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Nein, die Fresse da hinten. Halt die Fresse da hinten. Ich muss selber noch mal hier. Warte mal. Eine weise Wand. Nein, noch mal hier nicht. Ja, scheuen. Ach, warte mal. G Turbo! Schoo! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott, das ist nervig. So. Nope. Und ich schmuck doch hoch. Das ist klar. So, haben wir das aufgeschafft. Nein. Doch passt schon. Oh Gott, oh Gott. Die Rechtswände sind ja doch immer schwerer. Was? Was? Oh, jetzt spielt mir klassische Musik. Haben die echte Lade mit Schiff geändert? Oh Gott. Fels. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schlagkopf. Bin gerade mit dem schwierigsten fertig. Machiavelli, weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand es ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Wohl nicht. Wohl nicht. warte mal ich muss da hoch ja die ist klar ja das das klappt natürlich nicht ich hätte mich jetzt auch gewundert ja ja die ich habe eine andere idee ich habe eine andere idee wir sehen ob es klappt Gottverdammt. Jetzt liegt der da oben. Der Schein. Ich hoffe, 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 das ist klapp. Das war knapp. Blau, ne? Oh, blau. Wo ist der Würfel? Och, blöd. Aber ich glaube, ich werde hier mal einmal das Spiel speichern. Ja, bitte. Aber speichern. Danke. Letzte Spielstuhlade. Nein, warte. Hat er, ja, er hat gespeichert, alles klar. Ich würde mal sagen, ich mache hier mal eine Aufnahmepause, weil fünfeinhalb Stunden Aufnahme, gut. Da war ja etwas über fünf Stunden, weil ich muss die Pause abziehen, die ich gemacht habe. Ich denke mal, das sollte etwas für das Erste reichen. Ich glaube, ich glaube, da kommen immer ein paar Tage mit, die ich in der nächsten Aufnahme muss. Also, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, schau. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020